. 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 Jetzt siehst du, jetzt haben wir ein Problem. Montagmorgen, 9 Uhr. Johanna Sturms Woche beginnt anders als sonst. Sie hat sich für einen ganz speziellen Kurs angemeldet. Drei Tage Landmaschinen-Kurs, nur für Frauen. Ich bin gespannt, um was es geht, was für Themen angesprochen werden, was für mich interessant ist, wie die auf einen genau eingängen. Acht Frauen starten heute den Kurs an der Landmaschinenschule Landshut Schönbrunn. Alles keine Anfängerinnen, die da Ausbilder Daniel Kühn gegenüberstehen. Viele kommen vom Bauernhof oder haben eingeheiratet, haben also Ahnung. Kleiner Test. Und der da, der obere, was bedeutet der? Aufheben, wie weit. Ja, wie weit, genau. Bestanden. Aber tun sich Frauen schwerer mit Technik als Männer? Nein, da ist kein Unterschied. Frauen hören meistens besser zu. Ich hab auch schon Frauenhauslehrling ausgebildet in meinem alten Job. Wichtig ist, dass sie zuhören und Aufnahmefähigkeit sind und Interesse zeigen. Da kennt man generell keinen Unterschied. Gut zuhören, das wird jetzt die Herausforderung. Technische Grundlagen stehen auf dem Stundenplan. Getriebe und Hydraulik. In den nächsten Tagen sollen die Frauen noch alles über Bereifung von Traktoren lernen. Außerdem Pflug anhängen und Pflege von Landmaschinen. Für einige überraschend, selber Reparaturen durchführen steht nicht auf dem Plan. Aber erst mal Schluss mit Theorie. Jetzt dürfen die Frauen Traktor fahren. Zeig dir jetzt mal, wie man den Traktor fährt. Johanna, wie fühlst du dich? Ja, ich freu mich. Ist mal ein anderer Bulldog. Schauen wir uns den mal an. Traktor fahren kann Johanna. Doch dieses Modell kennt sie nicht. Es wird ein wenig hakelig werden. Arztwechsel. Warum sie diesen Kurs macht, das zeigt uns Johanna auf dem elterlichen Betrieb in Stephans-Posching in Niederbayern. Den wird die 29-Jährige nächstes Jahr übernehmen. Gerade macht sie eine Ausbildung zur Landwirtin. Braucht es da noch einen Landmaschinen-Kurs? Meistens ist es hektisch in der Landwirtschaft. Das Wetter spielt mit. Dann muss man aufs Feld, dann pressiert. Da kann man den Feinschliff noch mal genauer anschauen. 65 Hektar bewirtschaftet die Familie und baut hier unter anderem Kartoffeln, Mais und Hafer an. Johannas Schwestern sind bereits ausgezogen. Dass sie einmal die Landwirtin hier werden will, wusste Johanna schon immer. Schon als kleines Kind sind die Erinnerungen daran mit dem Geräteträger, mit dem Opa, wo man nur lenken hat durfte. Was das für ein Alter war, kann ich nicht sagen. Aber schon relativ früh, wo das immer mehr war. Dass kein Sohn zur Hofnachfolge da war, spielte für sie und ihre Eltern keine Rolle. Wenn's passt, dann passt das ja. Typisch Junge, typisch Mädchen, in diesen Kategorien denkt Johanna Sturm nicht. In der Landwirtschaft gehört Frau und Mann, braucht man beides. Nur mit Männern klappt's nicht. Und mir ist das ganz wichtig, dass auch die Frauen da auf die Fahrzeuge fahren können und sich da umgehen können damit. Deshalb die Fortbildung in Landshut. Zurück beim Landmaschinenkurs. Das Fahren im fremden Traktor ist kein Problem für Johanna. Nun aber soll sie einen Pflug ankoppeln. Nicht gerade ihre Lieblingsaufgabe. Da kann ich die vielleicht ein bisschen drücken. Seht's das? Weil's ja da um Zentimeter geht, wo ja das zusammenpassen muss. Zentimeter. Mit einem tonnenschweren fremden Traktor. Höchste Konzentration. Jetzt siehst du, jetzt haben wir ein Problem, oder? Jetzt passt die Kategorie nicht, oder? Die Kupplung des Pflugs ist für den großen Traktor zu eng eingestellt. Dann machst du das, oder? Johanna muss noch mal ran. Zweiter Versuch. Jetzt passt alles. Ob Frauen oder Männer eine Maschine bedienen, macht keinen Unterschied. Warum gibt es dann einen Landmaschinenkurs extra für Frauen? In der Pause machen sich die Teilnehmerinnen Gedanken dazu. Für eine Frau ist es oft auch schwierig. Vielleicht hat sie noch einen Bruder oder so. Da ist dann auch nicht die erste Wahl, dass sie den Hof übernimmt. Aber vielleicht ist das Interesse genauso groß bei einer Frau wie bei einem Buben. Interesse ist bei den Frauen auf jeden Fall vorhanden. Deshalb sind sie da und wollen lernen. Auch die Details zum Traktor. Selbst wenn es kompliziert wird. Der Kopf schwirrt. Viel Neues. Ein bisschen Wiederholung vom Getriebe. Aber ja, viel Neues. Der Kurs hat sich für Johanna auf jeden Fall gelohnt. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt es in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.